Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Bennett at Blood Party und wir wollen Burn, Burn, Burn 2. Also wir wollen nicht, ihr wahrscheinlich, ich nicht. Nein, du schaffst es! Musst irgendwie schneller sein. Oder so. Habe ich mich jetzt verjagt. Wir wussten nicht, dass der sofort losgeht, die Fett-Sau. Wie soll ich den denn entkommen? Ach, André ey, was hast du denn hier für eine Scheisse hier? So, rigolcht! So, wayne Es war! Uh! Ja, durch ist er. Was? Oh Gott, es sind hier viele. Der Kopf brennt nicht, ja doch jetzt schon. Ja, alles muss ich haben. Alles. Ja. Schade. Ich dachte, ich kann mich da so ein bisschen durchwurschteln. Also hier habe ich das Gefühl, es ist teilweise nur... von Checkpoint zu Checkpoint retten. Das war blöd. Ich kann mich auch gleich nicht... Naja, gut, ne. Ich kann es eigentlich sterben lassen, aber ne. Okay. Also Neuanfang, das wäre ja Blödsinn. Einfach irgendwo gleich nochmal. Danke. Aha. Ob ich wieder am Checkpoint anfangen kann. Komm schon, mach mich tot. Was? Wieder an dem... Da... Ich war doch schon... Das ist jetzt nicht der in Ernst, oder? Ich bin so viel hier unten anfangen. Was soll'n der Scheiß? Komm schon. Du bist dann. Endlich. Ja. Der dritt... Dann nicht. Maaan. Zu spät. Ich bin so ein Ding. Der ganze Scheiß nochmal, oder? Das war's. Ja, muss ich ja. Das war so gemein. 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 Das muss man ja auch noch mal sagen. Die Kamera hier, das ist der Horror. Naja, so habe ich jetzt... Wenigstens... Hey, diese... Oh, ich komme da nicht hoch. Ohne mein Körper, aber mein Körper brennt. Ohnein. 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 Ehm, egal. Ja, press Enter to respawn. Danke. Also das könnten sie eigentlich noch mal ändern, ne? Dass man hier auch mal stirbt dann, wenn man wenigstens schon runterfällt. Vielleicht komm hier ja nicht mehr weg. Nee. Was? Wir leben doch noch. Hä? Warum konnte ich mich jetzt nicht bewegen? Och, Mann. Noch mal so ne Scheiße. Checkpoint. Ja. Mhm. Schon klar. Ach, der hat keine Arme mehr, deswegen komm ich auch nicht weit. Guck schon. Ich kann mich nicht bewegen. Nicht in irgendeine Richtung. Mann, das Spiel hat sich aufgehauen, glaub ich. Ich bin hier nur so, oh Mann, ich will das nie nur wieder von vorne machen. Ach, mit Enter gibt's einen Restart. Toll. Das hätte mir auch mal jemand sagen sollen. Was? Ja. 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 Okay, so springt er nicht. Er bleibt da nicht auf dem... Da wobei kommt er nicht. Alter, das ist mieser Scheiß. Alter, das ist mieser Scheiß. Ja? Ja, wie ist das? Oh, Mann. Ah, nein, 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 nein. Er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Der Kollege lebt noch. Oder auch nicht. Da geht nix mehr. Da geht nix mehr. Scheiße, zwölf Leben noch, ey. Kopf. Ja, das ist natürlich auf diesen Plattformen immer so toll. Oh, Alter. Ich glaube, ich habe ein Level erreicht, welches ich nicht schlagen kann. Oh, wir springen. Oh, wir springen. Oh, mein. Wo springe ich denn hin? Acht Leben noch. Komm schon, kommst da hoch. Endlich. Was kommt jetzt noch? Das Level ist ja noch nicht vorbei, oder? Was stimmt jetzt hier für eine Scheiße? Das ist ein Spiel. Was ist das? Was ist das? Das ist das Spiel. Das ist ein Spiel. Oh, natürlich. Ist da nicht rein oder so? Ist hier irgendwo zu sehen? Muss ich hier falsch spinnen? Wat? Die Unix. Oh Mann Mann Ja natürlich Ich weiß es nicht mehr wo ich hin muss Ja Ich habe für kurze Zeit gedacht Ok jetzt habe ich das Level doch vielleicht so gut wie geschafft Nope Ja 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 Ich sage euch nochmal von Anfang mach ich das nicht Spannende Musik 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 Ich hab da Scheißkopf, ey. Oh, nee, ne? Soll ich wahrscheinlich auch gar nicht, oder? Ist jetzt echt die Frage, soll ich da hoch, soll ich da, uah. Ist ja ne Bombe, ich mein. Ist da irgendwie hoch. Letztes Leben. Dann endet Ben und Ed. Blood Party. Ach, ich idiot, ich idiot. Ah, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. So, jetzt schaffen wir das. Komm schon. Irgendeine Überraschung, nein. Mit dem letzten Leben. Eieieiei. So, gibt's da jetzt noch was Neues? Ja, for your dreams. Okay, gut, denn Ben und Ed endet noch nicht. Lasertunnels, das hätte ich nicht nochmal gemacht. Am Arsch. Follow your dreams. Da probieren wir uns mal die nächste Folge noch dran. Mal sehen, wie weit wir kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Und mit dem Feeling. Untertitelung des ZDF für funk, 2017